So, hallo zusammen, Blitzbob hier. Jetzt muss ich mal was sagen wegen den Masken. Also die Masken haben auch was Positives. Man bekommt immer gefilterte Luft. Da tut man nicht den ganzen Staub einatmen. Und es ist viel besser mit den Masken jetzt. Also meiner Lunge geht es viel besser seit einem Jahr, ich die Maske trage. Das kann ich jedem weiterempfehlen. Und ich werde auch die Masken tragen, wenn die Corona vorbei ist. Weil da hat man immer frische Luft. Heuer Blitzbob.